Ja, jetzt mal hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Pyroshock und heute mal wieder schöne Sachen aussagen in den Tagen, denn heute gibt es den Saavi Schwärmer für euch. An sich ein richtig schönes Teil, schön alt, macht immer noch was her, nicht in der Hand behalten steht drauf, mehr steht sonst nicht drauf, außer der Name natürlich. Hinten gewirkt, vorne noch mit einem Faden auch noch zusammengewirkt, denn die Schwarzpulveranfeuerung, ganz klassisch wie früher, ja, ist eigentlich ein super Teil. Wenn er richtig funktioniert, was ich hoffe, wird er eigentlich durch die Gegend spermen, also man zündet ihn, der spermt dann halt so durch die Gegend durch den Ausstoß wie ein Lufthäuler früher und explodiert dann zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob der einen Blitzsatz drin hat, wenn ja, wird er eben explodieren, ein bisschen lauter vielleicht, mit einem kleinen, langeren Blitz, ansonsten normal Schwarzpulverböller eben. Eigentlich ist der noch richtig gut, mal schauen, ob er noch gut funktioniert, viel Spaß. Ja, jetzt der Saavi Schwärmer halt, nicht in der Hand halten steht noch drauf, da halten wir uns mal dran. Ich glaube, der hat nämlich auch Blitzsatz drin, mal gucken. Viel Spaß jetzt. Wow, super gut. Wow, so wie sie sein sollen. Der war geil. Deswegen sind sie auch verboten. Ja, die sind noch richtig gut, aber echt leider halt verboten. Kann man nichts gegen tun, aber schöne alte Rarität echt noch. Also sieht man nicht nur darauf, ob man gehst, ob man Schnabel weg. Na, deshalb auf Bedeutung loske Minsker das Gen�� 안녕하세요. Und das ist nicht ganz handles. Ich freue mich, weil wir die�ärend Zone. Mit der bedeutung". Vielen Dank.